Grüezi miteinander! Wir besuchen heute wieder einmal die Republik Österreich. In einem anderen Beitrag haben wir gelernt, wie und wann das moderne Österreich entstanden ist, welches Gebilde 1918 untergegangen ist oder weshalb Österreich Teil des nationalsozialistischen Deutschlands wurde. Diesen Prozess hin zum modernen heutigen Staat haben wir uns auch im Falle der Schweiz bereits näher angesehen. Was im Falle Österreichs noch fehlt, ist, wie die Keimzelle des späteren Österreichs entstand, genauso wie wir diese Entwicklung für die Schweiz im 13. und 14. Jahrhundert auch beleuchtet haben. Unsere Reise zum ersten eigenständigen Österreich und damit zur historischen Wurzel Österreichs führt uns zum jüngeren Stammesherzogtum Bayern. Genauer gesagt zu den Eroberungen des Herzogtums Bayern im Osten, Nachdem die einzelnen Stämme, also die Alamannen oder eben auch die Bayuwaren, zu Beginn des 10. Jahrhunderts wieder mehr Einfluss gewinnen konnten, kehrten die Stammesherzogtümer, die einige Jahrhunderte zuvor im Frankenreich untergingen, zurück. Das jüngere Stammesherzogtum Bayern entstand zu Beginn des 10. Jahrhunderts. Und bereits um 910 eroberten die Bayern verschiedene Ostgebiete, die zu grossen Teilen zum heutigen Österreich gehören. Allen voran Niederösterreich. In Schlachten an der Rott, bei Neuching oder am Inn gelang es den Bayern, die Ungarn entscheidend zurückzuschlagen. In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts gerieten sich die Stammesherzogtümer und die Krone in die Haare. Der bayerische Herzog Heinrich II. aus dem Geschlecht der Ludolfinger begehrte wohl auf und trachtete nach der Krone. Als Herzog des grossen Bayerns war er an sich schon relativ mächtig, er erhielt aber noch dazu Unterstützung aus Sachsen, aus Böhmen und Polen. Kaiser Otto II. konnte den frechen Herzog erst einmal festsetzen, was aber zu mehreren kleineren Aufständen führte. Zudem musste sich Otto II. im Norden auch noch mit den Dänen herumschlagen. Heinrich II., genannt der Zenker, gelang jedoch die Flucht aus der kaiserlichen Gefangenschaft. In Windeseile kam es wieder zu Aufständen in Bayern. 976, nachdem die Residenzstadt Regensburg durch kaiserliche Truppen erobert werden musste, hatte auch Otto II. die Faxen dicke. Er ordnete den Südostraum des Reiches neu. Er trennte Kärnten von Bayern ab und erhob es zu einem eigenen Herzogtum. Und die bayerische Ostmark wurde als Lehen übergeben. Und zwar an den Babenberger Luitpold oder Leopold. Diese Ostmark blieb zwar erst einmal noch Teil des Herzogtums Bayern, erhielt aber umfangreiche Selbstverwaltungsrechte. Doch damit nicht genug. Der Kaiser setzte seinen Vetter Heinrich als Herzog ab und übergab Bayern Herzog Otto von Schwaben. Den Zenker würde man aber nicht Zenker nennen, hätte er mit dieser Niederlage aufgegeben. Er setzte nur zwei Jahre später seinen Kampf fort. Nach einer erneuten Niederlage wurde er aber endgültig geschlagen und politisch kaltgestellt. Für unser Österreich haben wir bis hierhin also die Situation, dass die damalige Ostmark dem Babenberger Luitpold als Lehen übergeben wurde. Zwar formell und offiziell noch Teil Bayerns, de facto aber bereits mit sehr weitreichender Autonomie ausgestattet. Weiter geht es im Jahre 1002, 26 Jahre nachdem die Babenberger die bayerische Ostmark erhielten. Heinrich II. aus dem Geschlecht der Otonen, der auch bayerischer Herzog war, wurde König des Heiligen Römischen Reichs. Er regierte Reich und Herzogtum für knapp 15 Jahre in Personalunion, was Bayern vom Königtum abhängig machte. In dieser Epoche erfolgte auch der rasante Aufstieg von kleineren und grösseren Adelsgeschlechtern wie den Andechs, den Wittelsbachern oder den Welfen. Dieser Aufstieg anderer Adelsgeschlechter ist deshalb wichtig, weil er später zu den Umständen führen sollte, die unser Österreich entstehen ließen. Im Jahre 1070 wurde Welf IV. aus dem Geschlecht der Welfen zum Herzog von Bayern ernannt. In einigen Ränkespielen, die einem Game of Thrones in nichts nachstehen, haben sich die Welfen im Investiturstreit zwischen Papst und Krone erst festigen können, nur um dann 1077 für die Unterstützung eines falschen Kandidaten auf die Krone nach Ungarn fliehen zu müssen. Erst im Jahre 1096 versöhnten sich Kaiser und Welf IV. Der Welfe, Welf IV., ich weiss, das klingt speziell, wurde dadurch wieder Herzog von Bayern. 1137 erwarben die Welfen auch das Stammesherzogtum Sachsen im Nordwesten des heutigen Deutschlands. Mehr zu diesem Herzogtum und weshalb der heutige Freistaat Sachsen nur dynastisch etwas mit diesem Gebilde zu tun hat, könnt ihr in den entsprechenden Beiträgen zu den einzelnen Ländern erfahren. Wir haben im 12. Jahrhundert also ein enorm mächtiges Geschlecht der Welfen. Und was ergeben mehrere mächtige Adelsgeschlechter? Natürlich Streit. Der Welfe Heinrich der Stolze geriet mit dem schwäbischen Herrschergeschlechter Staufer in Konflikt. Dieser Konflikt zwischen Welfen und Staufern sollte im Übrigen über Generationen anhalten und andauern. Als dann Konrad III. ein Staufer zum König gewählt wurde, fiel Bayern 1139 an den Babenberger Leopold. Konrad III. regierte nach Leopold Bayern eine kurze Zeit selbst, bis es 1143 an Heinrich II., genannt Jasomirgott, überging. Erneut ein Babenberger. Übrigens, Verzeihung für die vielen Namen und Geschlechter, die muss man sich auch nicht alle merken, sondern viel wichtiger ist der grobe Überblick, welche Verstrickungen, Machtspielchen und Erenke zum eigenständigen Österreich führten. Und da waren verfeindete Adelshäuser halt maßgebend. So weiter geht es. Die Babenberger Verbindung habt ihr sicher bereits erraten. Wir haben mit Jasomirgott einen Babenberger als bayerischen Herzog. Und die Babenberger regierten auch als Markgrafen in der Ostmark, in der Marca Orientalis. Der Kaiser oder König des Reichs besitzt natürlich keine Allmacht, sondern ist in manchen Situationen auf Versöhnung und Vermittlung angewiesen. Und genau hier kommen wir endlich zum eigenständigen Österreich. Der Staufer Friedrich Barbarossa, der ab 1152 König des Reichs war, versuchte sich mit den verfeindeten Welfen zumindest vorerst zu versöhnen. Dafür war geplant, Heinrich dem Löwen das Herzogtum Bayern zu übergeben. Heinrich den Löwen kennen wir auch schon aus verschiedenen anderen Beiträgen zu Bundesländern Deutschlands. Um sich jetzt aber nicht die bisherigen bayerischen Herzöge, die Babenberger, zum Feind zu machen, musste auch für Jasomirgott eine Entschädigung gefunden werden. Und diese Entschädigung war das Privilegium Minus, der kleine Freiheitsbrief von 1156. Mit diesem traten die Babenberger das Herzogtum Bayern ab, erhielten aber die Ostmark. Nicht mehr als Markgrafschaft Bayern, sondern als eigenes selbstständiges Herzogtum. Und hier in diesem Herzogtum, regiert von den Babenbergern, liegt die Keimzelle der späteren Habsburgmonarchie, des späteren Kaisertums, des späteren Österreichs. Das jüngere Stammesherzogtum Bayern ging mit der Gelnhäuser Urkunde 1180 unter. Der Wölfe Heinrich der Löwe, der die Herzogtümer Sachsen und Bayern regierte und ordentlich expandierte, wurde von Friedrich Barbarossa entmachtet und das Stammesherzogtum Sachsen wurde aufgeteilt. Auch davon sollten die Babenberger später profitieren. Die von Bayern abgetrennte Steiermark wurde ein Herzogtum, das nur zwölf Jahre später, 1192, von den Babenbergern erworben wurde. Die Geschichte der Babenberger sollte aber schon bald ihr Ende finden. Friedrich II., genannt der Streitbare, fand sein Ende in der Schlacht an der Leita 1246. Die Österreicher konnten in dieser Schlacht zwar den Sieg gegen den König von Ungarn davontragen, der Babenberger Herzog bezahlte aber mit seinem Leben. Noch dazu hinterließ er keine männlichen Erben. Das Privilegium Minus sah jedoch auch die weibliche Erbfolge vor. Erbberechtigt waren demnach Friedrichs Schwester Margarete und seine Nichte Gertrud von Österreich. Und auch wenn die Erbrechte eigentlich klar waren, folgte mit dem Tod von Friedrich dem Streitbaren das österreichische Interregnum. Das bedeutet die herrscherlose Zeit, also die Zeit ohne anerkannten Herrscher. Und dieses Machtvakuum wollten sich gleich mehrere europäische Mächte zunutze machen. Die Steiermark fiel erst an Ungarn, das Herzogtum Österreich an Ottokar II. von Böhmen. Im Frieden von Buda einigten sich Böhmen und Ungarn 1254 auf eine Aufteilung der badenbergischen Länder. Vermittler in diesem Konflikt war übrigens Papst Innozenz IV. Dieser Friede zwischen Ungarn und Böhmen wehrte aber nicht sehr lange. 1261 erhielt König Ottokar nach der Schlacht bei Kressenbrunn auch die Steiermark. Und kaum ein Jahrzehnt später erbte der böhmische Herrscher auch noch Kärnten. Unter Ottokar wurden die alten Länder der Babenberger also wieder vereint. Durch Siege und glückliche Fügungen bestärkt, fasste Ottokar allmählich die absolute Macht ins Auge. Die Krone des Heiligen Römischen Reichs. Diese trug seit 1273 der Habsburger Rudolf I. Was aus dem Erbe der Babenberger werden sollte, entschied sich 1278 in der Schlacht auf dem Marschfeld. In dieser regelrechten Vielvölkerschlacht setzte sich Rudolf I. durch und Böhmens Ottokar II. fiel. Die badenbergischen Lande fielen mit diesem Sieg endgültig zurück ans Reich und der Habsburger König belehnte 1282 seinen Sohn Albrecht I. mit Österreich und der Steiermark. Die Habsburger erweiterten in den nächsten Jahrhunderten ihre Besitzungen und stiegen zu einer der mächtigsten Herrscherdynastien aller Zeiten auf. Sie wurden Könige und Kaiser des Reichs, Herzöge und Erzherzöge in Österreich, Grafen von Tirol, Herrscher in den vorderösterreichischen Gebieten, Herzöge in Burgund, Könige in Spanien, Böhmen oder Ungarn. Die Menschen auf dem Gebiet des heutigen Österreichs, mit Ausnahme des Burgenlandes, einigen Teilen Oberösterreichs, Salzburgs und Westösterreichs, erlebten für über 600 Jahre nichts anderes als habsburgische Herrscher. Ihre Herrscherzeit sollte erst mit dem Ende des Ersten Weltkrieges 1918 enden. Der rot-weiss-rote Bindenschild, die heutige Nationalfahne Österreichs, steht direkt mit der Keimzelle des Staates in Verbindung. Rot-weiss-rot waren die Farben der Babenberger, den ersten Herrschern eines unabhängigen Herzogtums Österreich. Die Habsburger, die Erben der babenbergischen Besitzungen, übernahmen dieses Wappen. Der silberne Balken auf rotem Grund ist bereits seit dem frühen 13. Jahrhundert nachweisbar. Worauf er sich genau bezieht oder woher er genau kommt, ist ungeklärt. Möglich wäre, dass das Geschlecht der Eppensteiner dieses Wappen an die Traungauer weitergab und die wiederum gaben es 1192 über die Steiermark an die Babenberger weiter. Denn wir wissen ja noch, 1192 kamen die Babenberger in den Besitz der Steiermark. Der Name Österreich ist recht simpel eine geografische Angabe. Im Jahr 996 tauchte der Begriff Ostariki für dieses Gebiet erstmals auf. Zu dieser Zeit gehörte das spätere Herzogtum noch zum Stammesherzogtum Bayern und war der östliche Teil davon. Ostariki Österreich Marca Orientalis umschreibt nichts anderes als den Herrschaftsbereich im Osten. Andere Begriffe wie Ostreich, Ostland oder Osterland sind ebenso nachweisbar. Und das waren sie, die adeligen Ränkespiele, aus denen ein selbstständiges Österreich bzw. die Keimzelle davon hervorging. Mit Welfen, Staufern, Böhmen und Ungarn. Und natürlich den Habsburgern, die aus dem babenbergischen Erbe eine Grossmacht formten. Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.